Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrapman. Keine... Wir haben in der letzten Folge einige abenteuerliche Aktionen durchgeführt, unter anderem das Dropship zu retten. Und hier hat gerade jemand geschrieben, diese Konstruktion, die ich gebaut habe, um mein Dropship ranzukommen, sieht aus wie ein Strichcode im Supermarkt. Das stimmt. Und ich wette, wenn man das scannt mit so einem Supermarktscanner, dann kommt bestimmt auch irgendwas raus. Dann kommt bestimmt raus, dass ich total durchgeknallt bin. So, das kommt dann als Ergebnis raus. So, jetzt cutten wir das. Ne, Moment. Nein, nein, nein. Ganz schlechte Idee. Das ist ja jetzt genauso hoch wie das ganze Level. Das heißt, wenn das jetzt umfällt, ist das genauso lang wie das ganze Level. Weil ich schätze mal, die Level sind genauso hoch wie breit und das sind bestimmt Quadrate. Deswegen muss ich jetzt aufpassen, dass das nicht ausrastet, was da steht. Ich meine, gut, wir könnten es einfach da stehen lassen. Es stört ja niemanden. Wir lassen es einfach da. Dann haben wir auch gleich eine Markierung für die Levelgrenze. Ist schon okay. So. Kann ich das jetzt, wenn ich jetzt den Lift wegnehme, sind die Düsen aus. Gut. So, jetzt müssen wir erstmal wieder zurück zum, zum APC laufen. Das war irgendwo in der Richtung, ne? Da hinten sehe ich es, glaube ich. Ich glaube, ich sehe den Schatten. Da ist es. Da so. Da, da, wo mein Cursor gerade ist. Man sieht es als kleinen weißen Schatten in der Distanz. Lass es fallen, bitte. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weil wenn dann wieder ein FPS in der Welt ist, dann haben wir natürlich nichts gewonnen. Das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Ich, ich mache das vielleicht noch am Ende nochmal. Vielleicht brauchen wir es aber auch noch für was. Sieht irgendwie witzig aus. Von Weitem sieht es irgendwie noch witziger aus. Weil es dann auch so anfängt, so zu flimmern. Ist irgendwie komisch. Alter, ey, ne? Was war das jetzt wieder für eine Aktion? Was war das denn bitte wieder für eine Aktion gerade? Mit dem Runterspringen und so? Das ist unglaublich. Das kann nicht umfallen. Ist Spielphysik. Ja, das stimmt wohl. Das ist richtig. Aber alleine die Tatsache, dass es vom Boden gelöst ist, führt, glaube ich, dazu, dass es dann Lags geben könnte. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Ich muss schon sagen, bei Grongs Aufnahmestreams waren die Pausen noch einen Tick länger. Ich muss das vielleicht mal kurz erklären für die Leute, die nur die YouTube-Videos gucken. Ich nehme das ja hier gerade im Livestream auf. Und ich mache nach jeder Folge immer so eine ganz kurze Pause. Da geht es mir einfach nur darum, ich muss einfach nur einen Schluck trinken. Ja, darum geht es einfach. Es geht einfach darum, dass ich die Stimme feucht halte. Aber ihr merkt ja, ich rede ja eigentlich fast permanent die ganze Zeit. Und das ist halt auf Dauer schon ein bisschen anstrengend. Und heute wollen wir das tatsächlich extra lange durchhalten. Heute ist ja der XXL-Stream. Also, das ist gerade der Stream. Die Aufnahme ist gerade der Stream. Insofern, ja, das könnte ein bisschen anstrengend werden heute noch für mich. Insofern muss ich immer mal so nach jeder Folge so eine Pause von, naja, wenigstens 30 Sekunden ungefähr machen. Einfach um was zu trinken. Um zu gucken, ob der Stream noch läuft. Um zu gucken, wie viele Zuschauer auch da sind und so. Halt mal so kurz den Blick schweifen zu lassen. So, wir sind jetzt tatsächlich beim APC wieder angekommen. Ich bin begeistert. So, wir setzen jetzt hier mal den Lift. Oh, Leute. Das war eine Rettungsaktion ohne, ohne Gleichen. Also, so krass war das bisher noch nie. So, jetzt muss ich erstmal, jetzt muss ich erstmal, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Erstmal machen wir jetzt folgendes. Und zwar nehmen wir jetzt diesen Knopf, mit dem wir die Düsen aktivieren. Und verbinden den mal gleich hier mit dem Fahrersitz. Weil, das geht ja mal gar nicht, wenn wir hier die ganze Zeit total ausrasten. Oder das Schiff hier total ausrastet. So, jetzt möchte ich mal kurz hier den Dings ausmachen. So, mach mal aus. So, genau. So, und jetzt machen wir das nochmal. Und jetzt werden einige schon in panisch, in panischer Angst aufschreien und plötzlich verstummen. Ähm, wir machen das jetzt nochmal. Ich mach das jetzt aber vom Fahrersitz aus. Und ich steige diesmal nicht aus dem Sitz aus. Also vom, vom Pilotensitz meine ich natürlich so. Ich muss nämlich mal gucken, wie sich das Ding so flugmäßig verhält. Wie sieht's aus? Das sieht aber eigentlich gut aus. Wie man manchmal die Düsen nicht hört. Ah, guckt mal. Da unten kommt so ein bisschen die, die Plattform raus. Hinten ist immer noch zu wenig. Aber an sich gut eigentlich, oder? Also so für ein, für einen zweiten Versuch so. Ich glaub, oder ist jetzt der dritte Versuch mit den Düsen. Das ist schon gut. Ich brauch hinten noch ein bisschen mehr Energie. Vielleicht so zwei Düsen, die noch ein bisschen schwächer eingestellt sind. Dann müsste es gehen. Wenn wir hier, genau, wenn wir hier noch zwei Düsen platzieren, die ein bisschen schwach eingestellt sind, dann geht das. Dann läuft das nämlich, meine Freunde. Dann läuft das. Aber sowas von. Jetzt muss ich nur gucken. Neun! Moment. Ich hoffe, ich hab jetzt nicht den Knopf weggelöscht, der da hinten drinne dafür verantwortlich ist, dass das, ähm, die Rampe auf, ausgefahren wird. Ah, Moment. Da rastet er grad wieder aus. So. Äh, nee, das war falsch. Mann. Ich baue das mal von innen. Das sieht man, glaub ich, dann besser. Also, das machen wir nochmal weg hier. Ne, Moment. Das machen wir wieder hin. Nicht, dass jetzt hier irgendwas runterfällt, was wichtig ist. Wäre nicht so gut. Ah ja, genau. Das ist nämlich so. Und... Ne, es stimmt schon. Es passt schon. Es ist schon richtig. So. Und dann die Düsen da unten rein. So läuft das. Warum hast du die Steuerung nicht mit Sensor auf VHSD gelegt? Ähm... Weil noch gar keine Steuerung so richtig drinne ist. Es geht jetzt erstmal nur ums Schweben. Es geht jetzt noch gar nicht so sehr ums Steuern. Es geht erstmal jetzt nur darum, dass ich es hinkriege. Moment, ich muss noch... Ich muss das doch nochmal auf den Lift setzen jetzt. Dass ich es hinkriege, dass es erstmal gleichmäßig nach oben und unten fliegt. So. Darum geht's jetzt gerade. So. Also, wir machen das jetzt wirklich ganz schrittweise. Weil das ist nicht so einfach. Der Tricky Part kommt ja auch insofern noch. Wir müssen gucken, wie sich das verhält, wenn... ...das APC dann auch noch drinne ist. Das ist ja das eigentlich Schwierige. Wir müssen das Ganze fürs APC mit ausbalancieren. Und das wird schwer. Das wird richtig schwer. Weil da müssen wir Zusatzdüsen zünden. Die das Ganze dann noch ein bisschen stärker oben halten. Und auch ausbalancieren. Da müssen wir dann quasi einen zweiten Flugmodus generieren. Und das wird, äh... Das wird nicht so leicht. So. Jetzt schauen wir mal. Moment. Jetzt habe ich... Wie habe ich die jetzt eingestellt hier hinten, die Düsen? Sind die überhaupt schon eingestellt? Wir lassen die mal so, wie sie jetzt eingestellt sind. Das müsste eigentlich... Gefühlt müsste das richtig sein. So. Jetzt schnell da raus. Hui. Alles klar. So. Jetzt gucken wir mal hier rein. So. Ins Cockpit. Und ihr merkt schon, die FPS, die lassen gerade ein bisschen zu wünschen übrig. Das ist aber normal. So. Schließen. Und ihr seht auch, ich habe das Cockpit überarbeitet. Das funktioniert jetzt ein bisschen anders. So. Jetzt starten wir mal. Nochmal. Ja, guckt mal. Das sieht auch gut aus. Es kippt nach hinten immer noch so ein bisschen leicht weg, kann das sein. Es wird, es wird ein bisschen angeschrägt. Wenn man, wenn man startet, dort kippt es nach hinten so ein bisschen nach hinten. Also. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich muss, glaube ich, doch diese zwei Düsen noch eine Idee stärker einstellen, die wir jetzt gerade gesetzt haben. Also die hier. Vielleicht noch einen, einen Strich mehr. So. Und dann nochmal hier einen Strich mehr. So. Damit es wirklich senkrecht nach oben und unten fliegt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Geht das jetzt? Mal gucken. Mal gucken. Das sieht gut aus. Es scheint jetzt senkrecht nach oben zu fliegen. So ziemlich. Ja. Passt. Juhu. Das ist sehr gut. Ausgezeichnet. Hervorragend. So. Jetzt geht es darum, dass wir ab einer bestimmten Höhe die Höhe einfach halten. Zum Landen. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen nach hinten kippt es noch. Aber das geht, glaube ich, noch. Das ist okay. Ein bisschen kippen tut es noch. Also jetzt geht es im Grunde darum, eine Höhenstabilisierungsfunktion hinzuzufügen. Und das geht natürlich wieder mal mit Sensoren. Ja. So, und da muss ich jetzt mal gucken, wo machen wir denn die Sensoren, wo platzieren wir die denn und welche Düsen verwenden wir dafür, ist so die Frage. Eigentlich, damit die Höhe gehalten wird, müssen wir ein paar von den Düsen separat zuschalten durch Sensoren. Und zwar würde ich jetzt mal, ich wähle jetzt mal die Düsen aus. Wir nehmen die seitlichen, weil die die größte Stabilisierungseffektivität haben. Hier sind auch noch zwei Düsen drin, die könnte man dazu benutzen. Und vor allem die seitlichen hier hinten. Die zwei benutzen wir zum Stabilisieren. Weil hinten scheint es schwerer zu sein als vorne, deswegen brauchen wir hinten zwei und vorne nur eine. Also auf jeder Seite halt jeweils. So, das heißt, ähm, Sensoren. Ihr könnt die schon mal auswählen im Menü. So, wir brauchen auch die Dinger hier wieder, die Bearrings. Und wir brauchen, genau, Düsen haben wir auch. Bearrings habe ich schon ausgewählt. Ich bin auch heute wieder ein bisschen neben mir, ihr merkt das schon. Aber wir haben, genau, wir haben Sensoren. Das, das und das. Genau, das sieht doch eigentlich gut aus. So, dann schauen wir mal. Wo setzen wir die jetzt denn hin, die Sensoren? Die dürfen ja nicht verdeckt werden durch irgendwas, was darunter ist. Und die dürfen vor allem auch nicht irgendwas ersetzen, was hier sich rotiert. Oder was rotierend ist. Ähm, Momentchen mal. Wo setzen wir das am besten? Ich nehme auch mal, ich nehme das Ganze nochmal vom Lift runter. Ich muss nämlich genau gucken, wo da die rotierenden Teile anfangen und wo sie aufhören. Deswegen fahre ich jetzt nochmal. Könnte man das hier zum Beispiel, hätte ich es jetzt nämlich beinahe hingebaut an der Stelle, den Sensor. Aber das wäre fatal gewesen, wenn der sich nämlich nach unten dreht. Der muss sich ja dann irgendwann auch nach unten drehen. Dann würde er ja nur hier diese Landefläche sehen und würde dann die ganze Zeit zünden. Deswegen muss ich mal schauen, wo könnte man den, hier, hier könnte man den hinbauen, den einen Sensor. An der Stelle. Das sieht auch gut aus. Hier so rein. Natürlich so, dass er zu mir guckt. So, jetzt ist er gepowert. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Äh, Moment mal. Die andere Seite sieht ganz anders aus. Das sieht irgendwie ganz anders aus. Wartet mal, das muss ich mir gerade... Hä? Hä? Was habe ich denn da gemacht? Wieder Blödsinn. Wieder Blödsinn gemacht hier. Ähm... Moment, dann brauchen wir ja noch diese runden Teile hier. Sehe ich gerade. Diese. Dann setze ich das einfach... Da so hin. So, und dann kann ich hier... Moment, jetzt nochmal auf die andere Seite gucken. Waren da wirklich zwei Blöcke dazwischen? Oben und unten? Ja. Okay. Gut. Nee, dann ist alles okay. Dann habe ich mich geirrt. Also, es ist schon okay so. Es hat nur dieses Teil gefehlt, dieses... Dieses, ähm... Ventilationsteil oder was das da ist. So. Flupp. Wird auch wieder zu mir ausgerichtet. Der Sensor. So, genau. So, das sind die vorderen. Die stellen wir auch auf die maximale Blockdistanz ein. Denn diese Düsen sollen möglichst schon bei 20 Blöcken zünden. Damit wir eine schöne Höhenstabilisierung haben. Und damit das Ding auch ordentlich hoch fliegt. 20. Los. So, genau. 20 Blöcke. Jetzt brauchen wir hinten nur noch das Gleiche. Und zwar... Wo bauen wir das ein? Wo bauen wir das ein? Es muss auf derselben Höhe sein, ne? Das ist halt das andere Ding. Das ist auf derselben Höhe wie diese Plattform hier, ne? Wartet mal. Hier brauchen wir doch bestimmt... Auf welcher Höhe ist denn das? Moment, das muss ich mal grad... Muss ich mal grad eruieren hier. Ah ja, okay. Nee, das ist doch tiefer. Das ist in diesem Schlitz hier unten. Das ist jetzt aber nicht am... Ähm... Moment, ich muss nochmal... Ich muss nochmal die Plattform ausklappen. Sonst könnte es sein, dass ich jetzt einen Fehler mache mit dem Sensor. Schauen wir mal. Also wir könnten theoretisch den Sensor hier so mit dran bauen. Das würde gehen. Das müsste... Ist aber nicht dieselbe Höhe. Dieselbe Höhe wäre... Einen Block tiefer, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste es ein Block tiefer sein. Also hier. Hier müsste der dann sitzen. Das heißt, wenn wir jetzt hier die zwei Blöcke wegnehmen... Hält die Scheiße runter? Okay. Ähm... Moment, Moment, Moment. Moment, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Kein Problem. Kein Problem. Da kann ja was drüber stehen, ne? Das ist ja okay. Das passt ja. So. Dann machen wir das so. Und so. Und... Hier muss ja frei bleiben, weil da wird ja dann... Das hier reingefahren, sozusagen. Das heißt, hier kann ich jetzt nichts hinbauen drunter. Das heißt, da kann ich jetzt auch da nicht einfach so eine Bearing hinsetzen. Ich muss die Bearing hier hinsetzen. Dann da oben einen Block dran, ne? Und dahinter dann den Sensor. So. Und weil das komisch aussieht, wenn der Sensor da hinten so rausguckt, wie so ein Rücklicht. Mach mal das jetzt einfach so. Genau. So passt das nämlich. Dann kann der sich nämlich da ranklappen, nach unten. Und das dürfte jetzt auch eigentlich nichts behindern von der Rampe. Das ist nämlich so das... Der Punkt. Der Sensor darf nicht von der Rampe blockiert werden und die Rampe nicht vom Sensor. Schauen wir mal. Ja, das passt. Sieht gut aus. Schauen wir uns nochmal an von außen. So, genau. Wenn jetzt nämlich hier der Sensor nach unten geklappt wird, seht ihr das? Dann liegt er hier an. An diesem Block hier. Also quasi, wenn ich jetzt den Schatten benutze, um euch das zu zeigen, liegt er so an. Und wird nicht blockiert durch irgendwelche anderen Blöcke. Das ist nämlich das Wichtige hier an der Stelle. Und er ist auch auf derselben Höhe wie dieser Sensor. Genau. Sollte er zumindest sein. Und dann passt das. Oder nee, wartet mal. Ist er auf derselben Höhe? Er muss nicht zwangsläufig auf derselben Höhe sein. Er muss nur sehr nah sein. Oder wartet mal. Ist der wirklich auf derselben Höhe? Das wäre diese Höhe hier. Diese Reihe wäre das. Dann wäre er auf derselben Höhe. Der Block dreht sich um sich selbst. Das heißt, der Sensor wäre dann hier. Da muss er noch einen Block tiefer stehen. Da müssen wir doch noch einen Block hier heransetzen. Hilft nix. Das muss schon stimmen. Das ist schon wichtig. Das ist schon wichtig. So, und hier stellen wir natürlich auch wieder 20 Blöcke ein. So. Und das gleiche machen wir jetzt einfach noch auf der anderen Seite. Mal gucken, wie euch das jetzt gemacht. Ich habe, genau, auf der Höhe, auf der Hälfte der Dings, noch mal drei Blöcke hingesetzt. Genau. Also hier drei Blöcke hin. Dann da eine Bearing. Den Block so. Den so. Sensor hinten dran. Und die zwei weglöschen. Ja. Und hier fällt mir gerade noch auf. Wieso hängt der hier eigentlich so komisch dran, ne? Wieso fällt der hier nicht runter? Müsste der nicht hier eigentlich auch runterfallen? Achso, ich weiß, warum der andere wahrscheinlich nicht runter, also warum der andere umgeklappt ist. Weil dahinter kein Block ist. Das wird es sein. Okay. Aber ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt erstmal wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Scrap Mechanic. Und dann. Ja. Dann versuchen wir diese Sensormechanik mit den Düsen zu verbinden. Und mit Knöpfen. Und mal schauen, wie das dann funktioniert. Mit dem stabil halten. Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.